Und als nächstes, die nächste Bälle, M45 bis 49, die weißen Fadehauben. Eine große Welle, eine große Altersklasse, hier bei uns am Start, da wird schon aufgereiht. Auch bei Ihnen geht's, wenn Sie sich nicht für die Quick Wave angewendet haben, vielleicht auch um einen Platz für Corona Hawaii. Das ist die nächste Wave für die White Swim Caps. Die 6. Wave, M45 bis 49, und Ihr Start wird in ungefähr 3 Minuten. Wir werden es ein bisschen zu halten, damit Sie mehr Zeit haben, in der Zwischenzeit, mehr Zeit zu beheren. Und wir wirklich bitten Sie nicht zu crossen, nicht zu crossen, nicht zu crossen, nicht zu crossen, nicht zu crossen. Nein, zu crossen, nicht zu crossen. Danke. 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 So meine Lieben, nächster Start ist in zwei Minuten. Dann wird es noch hinten aufgefüllt und dann bitte auch so eine Vorbereitung.